Moin und hallo aus Rathenow in Brandenburg. Unser zweiter Straßenpreis im Oktober ist in den Postcode 14712HR gefallen. Hier wohnt ein Teilnehmer mit einem Los. Das bedeutet, jetzt gibt es 10.000 Euro und eine Strauß Blumen. Los geht's. Guten Morgen. Guten Morgen. Na? Na? Aufgeregt? Ja. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10? 10. Wer hat das los? Ich. Dann lasse ich Sie nicht lange warten. Boah, das ist ein Preis. Das freu ich mich. Ich bin richtig wach. Cool? Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Das war Rathenow im Oktober und vielleicht steht Giuliano für den dritten Straßenpreis nächste Woche ja schon vor eurer Tür. Viel Glück.